Der Glast Dominator hat hier kleine Schwaden gemacht. Er hat auch eine kleine Arbeitsbreite. Darum werden jetzt hier zwei Schwaden zu einem zusammen gemacht. Manchmal staune ich, was hier in einer Woche alles abgeht, krupp oder schön geht. Ich hatte ja keine Reifenprobleme, aber grosse Abnutzung auf dem Rundkurs in Aneudurain mit meinem Motorrad. Jetzt habe ich eine Reifenpanne am Wagen. Zwischendurch, Sommerweissen, Rumpallen nach Hause, Regen und dann gleichwohl keine Regen. Ich denke auch, das macht ja das Leben interessant. Das Bauernleben, die verschiedenen Arbeiten und Probleme während der Woche. Ich kann noch lachen, ob schon ich da einen Platten habe und der Wagen in der Nachbarortschaft steht. Dort oben ist Ebmental und Wolkenhauer. Es wird auch noch Rumpallen zum nach Hause holen. Aber es ist bereits halb sechs. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Dann muss ich duschen. Sieben Uhr muss ich Startplatz sein für den Open Air Kino. So, die ersten zwei Stücke geladen. Jetzt fahre ich mit denen nach Hause. Das sind zwölf Stücke auf die Hektare. Ich glaube ich gezählt. Ich zähle noch mal.